Müllzäcke und overalls Weiß wir's Essensreste, Binn, Müllzäcke How hard is it to dump the trash into a bin? Release the Kraken Come on Squirrels, time for your 15 minutes of fame Oh cool Warte, warte, warte Vielleicht kommt's ja I better not get near the bench or the squirrel won't take the food Dann muss weiter weg Na? Ja, schnappst du? Du kannst ja ein Bild machen Ja, hab ich vor Näher ran Ja, ich will bloß langsam Das hat mir zum Beispiel auch gefehlt Okay Das hatte ich bei mir zum Beispiel nicht Vor der Belichtung Juhu, guck mal Da ist das mit dem Hasen Ah, guck mal, du willst nach links blittern Hey, cool Da war nämlich auch noch ein Eichhörnchen und ein Vogel und ein Typ Ja, der Typ war glaub der Lehrer oder sowas Das könnte sein Wobei, den Vogel hatte ich bei mir glaub ich auch nicht Und das Eichhörnchen hab ich bei mir auch nicht gehabt Eine Waffe Firewalk with me Einen Knochen Einen Schatten Einen Reh Und Two Whales mit einer Sonne Hm Und irgendwelche Chemikalien mit Sicherheit Ja Ja Achso, da konnte ich das nachgucken mit den Bildern Ah Genau Ach guck, da kennst du schon Spoiler Ja Machen wir noch mit Richtig Ähm Kein Mensch mag Spoiler Football Und anschauen Can't Blackwell have at least one no-Football-Zone Nope So, was haben wir da hinten noch so schönes Da ist jetzt noch schönes Ah, guck mal da ist die Pappe von dem Ort wo Alissa, gehen wir mal Richtung Scheibe Wand, rechts Da, da ist Pappe Ach, da ist Pappe Wo ja der Ding reingeflogen ist Der Football, richtig Shit The window was still broken after I warned Alissa about the rogue football One little thing changed the course of that window's life Taylor Oh, Tyler I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria Hi Taylor Why would you even talk to me after the shit you killed yesterday with Victoria Scheinbar nicht So wie Jessie Lass uns nicht streiten Komm, wir verbrüten uns mit der Und dann geben wir es zu Victoria richtig Yeah Instead of smack talk, let's just talk Wir würden nur wandern in die Gruppe Well, I'm not doing anything at the moment So talk Geht's wieder, Victoria? Ja Hm? Hm? Hm, das nehmen wir Du kannst zurückspulen, ist doch scheißegal Geht nicht Ja, jetzt nicht klar Echt? Ja All this gossip is cruel Boo hoo That's what happens when you preach to everybody about sex She'll live Okay, Victoria Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney And she's bossy too Look, you don't know her I do And she's one of the best friends you could have I guess I've had mean bossy best friends too Better than having mean bossy parents I would love it if my mom was meaner bossy instead of sick But whatever We've had our talk Oh, du kannst rückspulen Weil Mutti krank Oh, die Mutti ist krank Das tut mal Wildköpfe Ich grad keine Nahr Soll ich weiter, oder? Ja, du musst halt jetzt... Ne, du auch wieder mal einfach So So Hallo Hallo Hi Taylor Why would you even talk Vorspulen, das kennen wir ja schon Deine... Deine Mutter Alter, deine Mutter Oh no I've heard that your mother was sick I'm so sorry What, what happened to her? Well, if you do care My mom had back surgery Victoria was there for me Victoria was there for me Like you are for Kate I'm not about tearing people down, Max I know That's why I wanted to talk I'm glad we did So you don't have to do a good copy Hi again Taylor Hey That wasn't such a bad talk We Should do it again See you later Verdammt Das ist nett, ich komm nicht raus Das ist schlimm Das hätten wir schon so oft aufgehalten Das scheiß Ding Und wir können ihn noch machen Schon wieder Dies ist Nessens Vardar Diese Nachricht soll dich wissen lassen Dass jegliche Versuch meinen Sohn zu diffamieren Mhm Und zwar pressen rechtliche Auswirkungen haben wird Du bist nicht die erste Schülerin Blackrock Die versucht aber hoffentlich die letzte Betracht sich das letzte höfliche Warnung Nett Was für ein Arschloch Aber die andere Unbekannte noch machen Naja Nette Zeitgenossen Was haben wir hier noch? The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's Familie owns mein Dorm? Lauren, was machst du hier? Oh, nichts Warten? Für einen Telefon? Ich meine, ich habe bereits den Telefon genommen Das ist so schwer Das ist so schwer Du bist ein wirklicher Herrier. Du standest mit einem Bully und es war großartig. Selbst wenn du mich mit dem Bully mit dem Bully verlassen hast, ist sie ziemlich punk-rock. Wie kennst du sie? Äh, nur ein Pirat oder Chloe Price? Ja, eigentlich kann man es auch sagen. Chloe Price, oder? Ja. Ein alter Freund. Chloe Price. Wir haben uns nicht in einem Zeitpunkt gesehen. Oh, Rockstar. Das Mew T-Shirt in der Katze. Ich wollte gerade sagen. Hä? Was ist die Schrödingers Katze? Schrödingers Katze? Die Katze im Karton, tot und lebend. Wissenschaftsnerd. Ja, okay. Äh, ja. Ich habe ihn erwischt oder halte die Kleber raus? Was? Einweiden oder raushalten? Oh, halt ihn raus. Er ist gefährlich. Ich will nicht, dass du dich involviert hast. Du hast mich da, aber lehlo. Nathan Prescott wird bald sein Karma bekommen. Weird fucking weak. Wie das bizarro Schneefall gestern? Speaking of Dystopia. That driving is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Ja. Ja. Das ist genau das, was ich brauche. Ich liebe diese oldschool Ape-Filme. Das war leichter, als ich dachte. Cool. Ich schreibe dir die Info. Danke. Okay, wir gehen Film gucken. Demnächst. Den Bus nehmen. Nehme den Bus. Es nehme den Bus. Geh mal frühstücken. Immer noch. Verboffelt? Rappi? Ah. David mit Nathan sprechen kann nicht gut sein. Das hat etwas zu tun mit Kate. Oder Rachel. Na super. Nathan und David. Gemeinsam unter einer Decke. Tja. Verdachtswütiger Highschool-Officer und ein junger Schnösel. Ein reicher junger Schnösel. Passt. Super Kombi, ja. Kann nur schief gehen. Aber die sahen nicht glücklich aus, als sie sich unterhalten haben. Ja, das sah aus, als hätten sie gestritten oder sowas. Ja. Ich weiß genau, was du tust. Dad, ich tu nix. Lüg doch nicht. Und das ganze getrennte Wege. Oder sollte man so aussehen. Wer weiß, wer weiß. Stromleitungen. Was machen denn? Wir können auch Musik anhören. Das ist schön, ja. Ist aber auch cool irgendwie, weißt? Du bist auf dem Campus. Und dich fährt dein Schulbus, fährt dich dann sozusagen in die Stadt rein, wenn du die Stadt möchtest. Ja. Ist auch cool. Ja. Gut, das wird wahrscheinlich alle auf dem Campus übernachten, ne? Viele werden auch daheim übernachten, wenn es aus der Gegend kommt. So wie Chloe zum Beispiel, ja. Die hat ja ein eigenes Auto. Wahrscheinlich wenn du Pendler bist oder so und hast ein eigenes Auto. Oder in der Stadt wohns. Ja. Ja. Da ist so ein Bus ganz geschickt. Aber ist schon cool, ja. Warte, vermute ich mal, dass das alles auch mit den Schulgeldern, die Bus ums Eck fährt. Ja. Mit den Schulgeldern. Du bist wegschiebt hinten. Ja, ja. Alter Leuchter war da hinten. Da siehst du. Ja, ja. Jetzt wieder. Da wieder Gas gibt. Hörst du richtig? Das war's noch nicht. Von gestern. Oh ja. 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 Ja, Wale. Taumestelle. Ja. 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 Die Weltsteiner ist über 24 Stunden. Was ist mit dem los? Hallo? Kein Zeit für Chit Chat. Ich bin Millionär. Ja. Ich habe mein Lotterticket hier. Ich warte für den Bus, damit ich es in holen kann. Cool, cool. Huh? Cool. Ja, ja. Da ist der Bus ausgestiegen. Ich bin gerade aus dem Bus ausgestiegen. Aber ich bin sicher, dass der normale Bus auch gekommen ist. Oh, das ist ein Relief. Ich kann nicht leid für dieses Jobinterview sein. Ich kann nicht glauben, dass ich einen Bus bis zum Neuport in Neuport nur einen zweiten Job finden muss. Sind Dinge hier so schlecht? Hier? Wo sind Dinge gut? Ich kann gar nicht hier leben. Na gut, Glückwunsch. Danke, ich brauche es sicher. Ja, so ist es. Ich wollte gerade sagen, leben die in einer anderen Sphäre, in der sie es nicht gesehen haben. Chloe schreibt. Spät dran. Mama fütter dich. Sofie, vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Okay. Ich würde sagen, wir schauen es trotzdem erst noch um. So ist es. Je mehr Input wir haben, desto besser. So ist es. Save our city. Fischer. Flyer. Schau an all diese Flyers. Es ist so schade, dass niemand sie lesen kann. Rettet die Wale, Essener, Norweger und Japaner. Ja, richtig. Lecker. So, was will der Gute machen uns erzählen? Es sieht aus, wie du bereit bist, etwas sehres Fisch zu fangen. Ich wünsche es, junge Frau. Arcadia Bay ist einfach nicht die gleiche Fischstadt, in der ich bin. Hat sich die Stadt verändert? Ja, wahrscheinlich. Wer hat man es auswählen? Ähm. Ähm. Du hast deine eigene Fischstadt? Ich heiße sie die Bali High. Ich habe sie in diesen lehnischen Tagen gehalten. Es ist vielleicht alles, was wir haben. Ich dachte, dass eine von Arcadia Bay's principale exportationen war Fisch. Ähm. Die Fisch sind auf meine Fischstadt. Bis zum Prescott und ihre Finanzen fienden schraubten Arboretien. Was wissen die Prescott? Die Prescott haben viel Kraft. Sie können die Stadt besprechen Prescott Bay. Wenn das dir viel zu sagen. Prescott Bay, na super. Sie wissen sie? Sehr gut für meine Arbeit. Aber ich weiß sie durch ihre schlechte Fische. Lass uns nicht aufstehen, Kast. Ich höre die Fische von Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to keep going. Happy Fishing out there. Tja. Fress kurz mal wieder. Oh, ein Fenster. Oh, das war noch hier. Ja. Also das ist der gleiche Caraman, der auch schon an der Schule oben stand. Ja. Womo, ansehen. Hundi. Und ein Typ. Okay, ich komm da hinten gar nicht durch. Hey, aber der richtige Aufkleber. Happy Metal. Na gut, Leute in einem versifften Wohnmobil mit Hunden sind immer irgendwie unheimlich. Pass auf, was ist das für eine andere Seite gekommen? Geht wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Zu gepackt, dass es nicht geht. Siehst du? Ja, super. Du kannst mit A2 auch schnell laufen. Ja, hoppala. Äh. Wurde ich nur so gesagt haben. Ja, ja. Da ist nichts. Gucken wir schon das Ghetto ein bisschen ab, weißt du. Ich will nicht da gehen. Okay. Geht aber auch eigentlich da? Das sah gerade sehr böse aus. Ja, ja, ja. Sorry. Tut mir leid. Nope, I don't want to go there. Ich kann auch nicht auf der anderen Strasseite. Aber wir können vielleicht auf die Seite lang, wo der Typ da steht. Bestimmt in Jehova. Nein, in der Liedszeitung. Der Arme, weißt. Der Arme ist in Jehova. Ist das ein Jehova? Ist das ein Jehova? Die Papers werden bald retro sein. Entschuldigung. Sir? Kannst du das glauben, diese Stadt? Die Welt ist auf Feuer. Und unsere große Headline ist Schnee. Ich kann gar nicht auf die nächste Woche große Geschichte. Clouds! Hehehehe. Der Schnee ist ja komisch. Im Sommer. Oh. Der Schnee war ziemlich odd. Es war gerade in der Mitte eines warmes, Sonnenes. Oh. Global warming bullshit. Es ist der Nordwest. Der Schnee passiert. Ich lerne, wie die Arcadia Bay ist booming. Die Bibel kann nur darüber reden, oder über die Frauen verletzten. Uh. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away, because she was bored. Who wouldn't be here? So, der ist nicht so gern hier. Äh. Was ist das Autowerkstatt? Nö. Sieht so aus. Wer sagt er, dass du nicht lang willst? Bin ich der jetzt lang will? Ja, aber du bist nicht sie. Wer sagt das? Das Spiel. Eine Obdachlose. Obdachlose wissen immer was. Werden nicht beachtet, aber wir kriegen alles mit. Das ist ja das. Ich hab Angst vor dem. Das ist eine Frau. Ist ja was wie du? Ja, ich hab mich gut gehalten. Ja, ich geh zur Blackwell Academy. Äh, ja. Wer raschelt dann die ganze Zeit am Zaun? Ich. 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 würde. Ich. 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 Ich.